Hallo, ich bin's Carsten Stahl und wie viele von euch wissen, schweige ich nicht, wenn ich Missstände, Fehlverhalten oder Versagen in der Politik oder auch sonst wo von Verantwortlichen in Deutschland sehe und vor allen Dingen nicht, wenn es um den Schutz von Kindern und Menschen geht. Und heute möchte ich hier mal etwas loswerden, weil ich einen Artikel gelesen habe im Spiegel, wo ich mir echt an den Kopf fassen muss, wenn ich sehe, was da politische Vorbilder abgezogen haben. Also diese Nachricht ist hier vor allen Dingen für unseren Gesundheitsminister Herrn Spahn und noch den einen oder anderen Politiker, der damit dieses Fehlverhalten an den Tag gelegt hat. Wisst ihr, ich weiß nicht, was ihr denkt. Gesetze und Vorschriften und Maßnahmen, die gelten auch für euch. Ihr habt euch nicht darüber hinwegzusetzen und ihr habt nicht zu entscheiden, was richtig und was falsch ist, sondern ihr habt euch daran zu halten. Und was hier ganz besonders schlimm ist, ist, dass ihr politische Vorbilder seid. Und ganz besonders Sie, Herr Spahn, sind der Gesundheitsminister von Deutschland, der Vorschriften macht und der Sätze mit veranlasst hat, dass wir als Bürger dieses Landes unserer Freiheit mit beraubt zum Teil, auch eingeschränkt sind und wir uns nicht bewegen können, wie wir wollen, auf Mindestabstand gehen müssen und nicht mal arbeiten gehen können oder ganze Betriebs- und Wirtschaftszweige stillgelegt werden dadurch, weil es zum Schutz der Menschen ist. So, das ist der Stand der Dinge. Das gilt aber nicht nur für uns, das gilt auch für euch und auch für Sie, Herr Spahn. Ganz besonders für Sie als Vorbild. Ich weiß ja nicht, was euch geritten hat, dass ihr der Meinung seid. Ihr könnt in Gießen in eine Uniklinik gehen und euch da mal, ja, über den Stand der Dinge informieren, aber euch dann alle in einen, weiß ich nicht, dreimal zwei Meter breiten Fahrstuhl zu drängen, der knackenvoll ist. Und ich würde, ihr lasst euch dabei auch noch fotografieren. Und ihr denkt wirklich, ihr kommt damit durch. Ja, ihr habt alle Masken in der Sicht. Wissen Sie, Vorschriften gelten für alle. Und Mindestanstand war da nicht mal zehn Zentimeter. Und sie als Vorbild und die anderen als Vorbild haben sich daran zu halten, genau wie wir. Weil sonst kriegen wir, die Bürger, das Gefühl, wir sind hier Menschen zweiter, dritter Klasse und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und vor allen Dingen fragen wir uns, ob diese ganzen Maßnahmen im Endeffekt ja von Arsch sind und ob wir die nicht machen müssen. Ja, oder glaubt ihr nur, wenn ihr eine Maske auf dem Gesicht habt, dass das auf einmal alles nicht mehr gilt. Nee, diese Gesetze für jeden von uns. Und wir, wir die Bürger, wir bringen unsere Opfer. Wir sitzen mit dem Arsch zu Hause. Teilweise haben manche ihren Job verloren. Manche haben Existenzängste. Wir wissen nicht mehr ein, noch aus, viele von uns. Und ihr gibt von oben bekannt, was wir alles machen sollen. Und wir ziehen das durch, so gut es geht. Aber wir verlangen das Gleiche auch von euch. Die gleichen Opfer und die gleichen Standards, dass ihr euch an die Gesetze und Maßnahmen haltet. Besonders als Politiker, politische Vorbilder und als Gesundheitsminister garantiert. Sie und die anderen haben doch vollkommen versagt. Sechs Sätzen, würde ich einfach nur noch sagen. Absolut nicht aufgepasst, nicht zugehört und die eigenen Maßnahmen und Vorschriften und Gesetze nicht mal verstanden. Beim nächsten Mal nehmt ihr am besten alle die Treppe. Oder lasst euch nicht dabei fotografieren und filmen. Wenn ihr so eine Scheiße baut, denn das kann ich nur so beschreiben. Und kommt mir nicht mehr. Wir haben uns ein Messgerät im Gesicht gehabt. Und dann, nee, für uns gilt das nicht. Doch ganz besonders gilt das für euch. Und ganz besonders gilt es für Sie, Herr Spahn. Wissen Sie? Arrogant, ignorant zu sein, ist schon schlimm. Und es gibt ja so ein paar Videos, die ich von Ihnen schon gesehen haben, wo Sie doch der Meinung sind, ja, man hätte ja nicht unbedingt so eine Art von Arzt werden müssen. Wo ich dann schon denke, Mann, wie kann er denn sowas sagen? Aber das, was Sie hier gemacht haben, ja, und auch noch Ihre Kollegen, politischen Kollegen, ist wirklich vollkommen daneben gewesen. Wisst ihr, ihr könnt von uns nichts verlangen, was ihr selber nicht bereit seid zu geben oder zu opfern. Also maßt euch nicht an, uns irgendwas vorzuschreiben, wenn er selber euch nicht dran haltet. Ihr seid Politiker, keine Götter. Ihr seid von uns gewählt. Ihr seid unsere Angestellten. Wir werden von uns bezahlt. Also haltet euch verdammt nochmal auch an die Ersätze und Regeln und Maßnahmen. Weil das ist das falsche Signal, was ihr da abgeht. Das wirkt nämlich so, als wenn das alles vielleicht nur eine Show ist. Und das ist es ja nicht, oder? Oder seid ihr alle schon geimpft? Habt ihr alle schon einen Impfstoff, den wir nicht haben? Nee. Und dazu sollten sie sich jetzt mal rechtfertigen. Oder einfach mal bei den Menschen, bei den Bürgern entschuldigen, dass sie da einfach mal nicht weiterhalten haben. Aber das werden sie ja wieder nicht tun. Sondern sie werden einfach weitermachen, so als wenn ihr das Recht und das Gesetz für euch gepachtet habt. Aber das habt ihr nicht. Das habt ihr nur so lange auf eurer Seite, bis die nächsten Wahlen sind. Und mir ist das verdammt egal, welche Farbe und welche Partei ihr angehörig seid. Ihr seid Vorbilder. Und ihr seid Politiker in Deutschland 2020. In einer Krisen- und Ausnahmesituation, die von uns allen Opfer und vor allen Dingen Menschlichkeit und vor allen Dingen Zusammenhalt abfordert. Aber auch von euch will ich diese Opfer sehen. Und nicht, dass ihr einfach macht, was ihr wollt und euch über alles hin wegsetzt und denkt, oh, geht noch. Oh, komm, wir können das immer ja noch hin. Nee, da hätte man die nächsten Fahrstuhl nehmen müssen. Und dann hätte man abzählen müssen. Maximal drei oder vier Leute. Hätte länger gedauert. Ja, wisst ihr, wir müssten bis ich wie lange noch zu Hause sitzen. Dann müsst ihr nicht pünktlich oder überpünktlich in der obersten Etage ankommen. Nee. Und das ist die Wahrheit, die für viele von euch immer schwer ist zu verstehen oder zu kapieren. Aber wir, die Bürger, wir finanzieren dieses Land. Und wir halten es auch zusammen. Ihr seid bloß diejenigen, die da oben für uns dienen sollen, und aufpassen sollen. Und das hier war mit Sicherheit das falsche Zeichen. Und das wollte ich hier und da mal sagen, weil sich vielleicht der eine oder andere nicht traut, das zu sagen. Das würde ich euch auch an der Sicht sagen. Aber dafür muss man halt Charakter haben. Und in der Krise zeigt sich der Charakter eines Menschen. Das hat auch ein großer Politiker gesagt, der nicht fehlerfrei war, aber definitiv ein Mensch war, der in der Krise gezeigt hat, dass er Charakter hat. Und das hier war charakterlos in der Krise. In dem Sinne, denkt mal alle drüber nach, was jeder für Opfer bringen kann und muss. Und vor allen Dingen, weil er als Vorbild für Zeichen setzen muss. Carsten Stahl von der Krise von der Krise von der Krise